in Rennen 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 dem anfordern Leben anfordern Leben haben Leben haben zwar immer ich habe ich habe mich kaputt gemacht da ich bin ich mein Granatenglitz haben ich habe ich habe circa schon drei also ich habe auch schon welche gemacht aber seitdem du eingemacht hast das habe ich keine mehr gemacht wie Raphael Clouty die ganzen Kills immer genau weil ich damit Dauerfeuer Granate machen was bist du denn Raphael Medecke Medecke haben oder stehst du die ganze Zeit in einem Muni-Paket mach ich. Oh wisst ihr was noch gefälscht wurde die Zeit dass man aus einem Muni-Paket wieder Granaten bekommen die ist jetzt viel kürzer als vorher echt noch kürzer die ist doch schon noch ein paar Sekunden gewesen du kannst jetzt fast andauernd Granaten werfen konnte man früher auch schon ne also du kannst jetzt wirklich Granate werfen einmal durchlaufen Granate werfen einmal durchlaufen Granat ja war früher auch da schon so Neidebau es aber immer ein bisschen ist das wieder nachgeladen hat aber jetzt kannst du werfen werfen durch und in dem Abstand ich konnte Feuer werfen 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 sobald Animation vorbei ist konnte ich schon wieder werfen und können vielleicht hattest du ja ein Fehler da kommen sehr viele die Treppe hoch da kommen sehr viele die Treppe hoch da kommen sehr viele die Treppe hoch da kommt verdammt viele die Treppe hoch naja dann hier in MG Junge er soll wieder mit der Morsen Kill muss werfen eine Granate nein ich hab keine mehr boah 97% abgeschrieben das würde ich zuerst mal prüfen bevor du aus der Deckung raus springst ich rück doch immer nur G ich hab immer noch keine aber ich verdrück mich immer auf meiner Tastatur neuerdings wisst ihr was ich komisch finde dass das Schwanz krumm ist nein keine Ahnung das war irgendwie nur halbwitzig aber es wird immer niveauloser ja natürlich und ich dachte vorhin schon es geht nicht weniger nein ich meine wenn man auf den Close Quarters Match spielt was ich jetzt für den PC nicht habe sondern für die Playstation dann ist es doch verrückt man schießt mit einer RPG durch die Gegend und die fliegt an der Wand und die Wand ist nicht komplett zerstört ich meine da müsste doch dann ein Riesenloch in der Wand sein oder eigentlich schon teilweise noch diese Blech Stützen in der Mitte weil es sind diese Tapete die sowieso nichts bringt fliegt dann weg ab und die Lechstützen in der Mitte sind dann immer noch standhaft und da frage ich mich manchmal so WTF wie geht das also ich meine wenn Battlefield so viel Wert auf Realismus liegt dann könnten sie das doch auch nur mal weg und das dann so das halbe Haus einbricht wenn man eine tragende Wand weghaut oder so was ja und dann hast du das komplette Gegner Team gekillt und Teamkills und wirst vom Server gebannt Nein sowas geht natürlich nicht spielen ja komm Joach ich will jetzt spielen Junge ich starte scheiß Spielkollegen zu klickst aufs Mund schickte Hörst dich an wie der Hörst dich an hier wie abonnieren ihr Lappen ey Ne so was ist so bin ich stark hintermüttlich ne Franz ey also jeder der Waititi kennt der weiß jetzt was ich mit Franz gemeint hab wird sein scheiß Franz Mann erkennt Waititi schon nicht ey aus meiner Klasse die waren doch im Fernsehen genau genau so wie der Commander Krieger eh bei der Aufmerksamkeit ja der war bei RTL zwei ja da gehört auch hin was der Typ ist kacke sei nicht so ähhh ach und steht bei mir bei Battlefield 3 unter dem Namen Battlefield 3, dass ich Premium habe wahrscheinlich weil du das für die PS3 hast ne obwohl doch das könnte sein und ich ha wie geil ist das denn was weil ich auf der PS3 Premium habe ja bin ich bin ich jetzt in der Warteschlange erster hier auf dem PC wie geil ist das denn Moment könnte es auch sein dass du ein Close Quarter Map spielen kannst ich glaub nö also ich mein wenn ihr Metro spielt ne aber dass das dann auch geht weil wenn da steht der Warteschlange mit Vorrang oder so ich die Prämie und Prüntis Sais ja auf Deutsch Warteschlange mit Vorrang ok aber ich hab kein Premium ja äh vielleicht ist das jetzt übergreifend ja das glaubst er selber nicht könntest mich mal wiederbeleben du bist hier gerade vorne umgekippt aber ohne Wiederbelebzeichen Abwenausschaltung ah tschüss verdammt nein oder nee jetzt kann ich im Spiel join du Bobby ja ich glaub's nicht was ich bin auch hier bist doch da ich bin in einem gleichen Team ich hab wohl zu viel Granatenkills gemacht äh das finde ich aber wirklich teilweise schrecklich man wird nur vom Atmen gebannt weil der keinen Bock hat wenn man dass der gekillt wird das ist teilweise so scheiße ich bin tot wiederbeleben bitte wenn wir egal sein wieder totesbeleben hier ba 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 bist du irgendwie angekotzt oder was ich ja du ne ne läuft nicht gerade zu gut gerade das ist ein anderes Spacken werf ist G Junge das habe ich letztes Let's Play in Bremen ähm Special auch schon gesagt was das ist der Imperativ wirf nicht werf werf ich hab mir gesagt das ist hier von Ranz Ratte oder von Stefan da dürfen wir nur mein Gott oh mein Gott weißt du er hat das Wort patentieren lassen natürlich die Lachen ich bin zufrieden muss jetzt sagen du Arche gib mir immer den oh mein Gott wenn dann das Lachen von den anderen Witziger ist als der Witz- ook hat um ein paar sie wird zwar an die Zuschauer lachen sich krumm ab dann ab unserem Lachen ich bin tot weiter hat auch die Wohlobs ha 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 Nürstelvergültige Oh mein Gott hast du wieder bei den Hohen ich bin tot und so wird sich daran ich bin tot ein Krieg und seit ich glaube wir sind im Gegenteam ja der Tod ist immer so witzig gell ja wir sind im Gegenteam ha 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 wo bist du denn? sehr weit oben Platz 9 Platz 9 Oh scheiße naja egal ich probier's ab jetzt ist vorbei ich krieg keine Krater ja verdammt die Foto die Connection to the server timed out du bist rausgefloren oh oh willst du mich verarschen jetzt bin ich wieder erst an der Basislande willst du mich verarschen willst du mich verarschen besonders bei dem Preis aber das ist voll falsch Junge ich weiß das hat sich sogar noch gereimt das ist voll falsch ich weiß oder was war es okay denn das war ein Preis ich weiß was so der Preis ist heißt ich weiß das ich bin ich bin ich bin ich bin Dümmerer als du ja viel Dümmerer das heißt Dümmerer mein Gott hier steht das Essen muss mit Dümmerer meine Güte also er ist viel Alter was geht ihm jetzt bitte ab Battlefield hat mein PC hat grad Battlefield viermal ungefähr an das hat auch er hier nur einmal zocken nicht mit viel Charakter und jetzt sagt mir nochmal das den schlechten PC hat n und jetzt habe ich ein Bluestream und jetzt geht es in den Flammen auf n das ist ja blöd ich dir nicht genau unter meiner Playstation ja meine Süßes du bist immer ich habe immer ich habe mich das ist ein Problem dabei gesagt ja meine Süße ich habe meine Freundin gelten die sie wird neben mir acht und dann hast du ihre neid das ganz wissen nein wie das mit einer Freundin sei still ja achten darf man auch fragen ich habe keine ach so ja ich habe mich anmelden beim Heiko und Prozent die Karte wir machen jetzt eine Kontaktanzeige genau und jetzt mit der Welt der Heiko ich müsste nur irgendwas was habt ihr mal gegen mich mir fällt aber nichts ein komm mal hier rein bei mir hier muss ein Foto machen damit ja ein Moment ich komme hin gut gemacht ja blickgelegt wir haben ein Foto für die Kontaktanzeige die das ist das so wird sich das man das hätte Warte mal kurz wo sind meine Bilder Jürgen Tonner wo sind meine Bilder und das wieder ja du kommst wo ist meine Bilder H h h h h h h h wenn das echt geht dass er wird sich wenn man echt in so ein Screenshot hätte die hätte ich bin ich bin Elena Tni Tramme runter bis dann Ja, ciao. Ich glaube, soll ich nachkommen? Ja, hier ist eigentlich recht frei. Warum ist in Battle-Field eigentlich kein weiblichen Charakter? Wäre voll geil. Wortwörtlich. Battle-For-Women. Battle-Women. Genau. Battle-Man. Und dann so halbnackte Frauen, die dann hier so sich im Schlamm, in so Schlamm-Maps die ganze Zeit gegenseitig sind. Und dann sollte ich so catchen. Der ist vom Profil auf Facebook für dich einrichten, Heiko. Also, Alter. Can you disconnect your connection to the server time out? Ich hatte gerade einen kurzen Frame-Einbruch. Sag nie wieder connection time out, da kriege ich die Frame-Einbrüche. Connection time out, connection time out, connection time out. Alter. Join game. Wait. No, second place in. Double kill. Doppler kill. Sie könnten zum Spacken. Guck weg, du bastard. Alter, man sagt mit Bastard. Ich habe zwischendurch jetzt gerade kleine Frame-Einbrüche. Alter, nie oft würde sie Battlefield noch aufmachen. Soviel, bis du dich wirklich ganz doll nervst. Soviel, bis du dich bist. Soviel, bis du dich schon hin. Soviel, bis du dich schaffst und soviel bist du. Soviel": Soviel, bis du dich bekommst, wofür ich noch mal. Soviel, bis du dich schaffst, ich bin ja. Soviel, bis ich sie schaffst, wofür ich noch mal. Soviel ist meine gramatische Re coisa de perspectives. Ich möchte mir sagen, wie ich das nehme. Ich möchte mir das nicht verurscht, aber eigentlich respektive ich. also du bist jetzt so und du bist US-Noob Prozent Hörer ihr verliert und wir sind die russischen Proz das Witzige ist wir haben es gerade 1050 Tickets gespielt und Jogi Bär kommt bei den letzten 50 Tickets dazu ich hab's doch gesagt zwar nicht ein Ticket bevor es fertig ist aber es ist jetzt nicht mehr auch sehr viel ich hab sieben tausend siebenund siebenund siebzig Punkte das muss er wir gar nicht ich sehe mich nicht mal mehr und so wie es auch am PC übel vor Ort die schießt total langsam war gut die machte seit dem neuen Patch so komisch viel der Mätschensvoll fällt die Bevorrufung die um die Füße nicht der es kacke die schießt mir viel zu langsam ich find die ganz geil ich spiel sie weiter ich hab damit jetzt schon zwei Kills gemacht und bin da grad mal drei Minuten oder zwei Minuten oder nicht mal eine ich find die ganz witzig und vor allen Dingen kann ich damit auch Sniper spielen was ich eigentlich gar nicht kann Alter die Gegnerlist ist aber grad sehr verpackt bei mir oh dieser Typ ey was machen die Typen hier überhaupt die stehen hier nur rum und wickeln sich und bringt überhaupt nichts Granate warte mal sagt mal so ein Fremdgerund ich hab meinen Medic ähm auf Sternchen 2 gebracht krieg's auf die Fresse du Scheiße du weißt doch ja ich würd mal sagen danke fürs Zusehen für die letzte Folge der Herren Season ne 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 dann muss das schon was engeres werden Okay äh wir lachen wie zwei Mädchen iiii ne ne was bist du denn für ein Mädchen? weiss ich nicht ach komm wir zocken einfach noch eine Runde mein gott mal gucken wie ich das splitte besser ist. Ich werde den ganzen Scheiß einfach 15 Minuten Folgen splitten und hochladen und fertig. Echt mal. Hast du sogar noch mehr Folgen? Ja, ich bin ja so Folgen geil, weil ich damit auch ja so viel Geld verdiene. Ja, und jetzt musst du noch alle deine, deine, ähm... Ah, Mensch. Heiko hat schöne Bilder. Mach. Mhm. Die mache ich nur bei allen neuen Let's Plays. Also ab der nächsten Season, ab der nächsten Season gibt es den LP, hey, 97 Soldaten. Genau. Und nochmal mit enorm. Bababaaam. Und nochmal mit dem Da, 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 da. Ja. Da, 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 da. Oh, warte, ich probiere mal, schnell eben. So, jetzt komme ich zu dir. Ich bin etwa eine Stunde da. abnähten die Würstchen und heute als auf die Backen von der Schweiz nach Hamburg eine Stunde in der Schaftes Reis und so schnell schöne Stadt ganz schöne Stadt dies kacke Bühneburg ist besser weiter halt die Fresse Hamburg ist geil Lüneburg ist viel besser Lüneburg hat halt die Diskussion haben wir schon Lüneburg ich bin habe ich schon mal das will ich in der Woche also ich finde Hamburg schön genau Lüneburg Berlin ist noch scheißer das alles so große Städte ja ich war nur in großen Städten sorry Lüneburg ist die berühmte Stadt Deutschlands schon in Prozent in der Schweiz warst du schon mal in der Schweiz nur dies kacke hallo die Schweiz ist nicht kacke natürlich ist die kacke davon Trafael Mann Katz im Moment verkehrt so das ist das dann abendiert im Spiel Niveaulose ihr könnt mal abschalten okay tschüss Zuschauer dürfte ausschalten bis denn hat uns gefreut ja bis dann ich bin jetzt hier die Aufnahme bis dann ja bis dann Vielen Dank.